Hallo zusammen, ihr kennt sicherlich das Problem, dass ihr einen stark verschmutzten Teppich habt und mit einem Staubsauger nicht mehr so recht vorankommt. Da hilft nur eins und zwei ein Waschsauger, denn der entfernt auch tiefsitzenden Schmutz und das wirklich super einfach, entweder auf Teppichböden oder auf Polster, dort beweisen sie wirklich ihr wahres Können. Und da die Auswahl aktuell so groß ist, wollen wir euch heute in diesem Video die 5 besten und beliebtesten Waschsauger unserer Meinung nach vorstellen. Ich würde also sagen, wir warten nicht lange und starten direkt und fangen dann gleich bei Platz 5 an. Auf diesem Platz haben wir den Kärcher Putzi 8-1C. Dieser Waschsauger zeichnet sich besonders durch folgende Vorteile aus. Er ist kraftvoll und kompakt, hat 1200 Watt Leistung, ein geringes Gewicht, ein tolles Reinigungsergebnis, ein komfortables Handing, eine ergonomische Bedienung, ein reichhaltiges Zubehör und die Nachteile leiden etwas hoher Anschaffungspreis und etwas laut. Gehen wir auch gleich weiter zu den Produktdetails. Wie gesagt, wir haben hier 1200 Watt Leistung, ein Aktionsradius von 10 Metern, 8 Liter Schmutzwassertank, ein Gewicht von um die 10 Kilo, Aufnahme für eine Handdüse, ein integriertes Wasserzuführungssystem, Kabelhaken, integrierte Tragegriffe und eine einfache Entleerung. Schauen wir uns also mal diesen Waschsauger näher auf Amazon an. Und ich verlinke euch auch unten in der Videobeschreibung als Link. Also klickt dort mal drauf, dann kommt ihr auch zu dieser Seite hier und könnt ihr euch auch in aller Ruhe nebenher anschauen. Der Preis, ja 536 Euro, ist schon ganz schön happig, aber es handelt sich hier auch um ein Premium-Modell, um ein professionelles Reinigungsgerät, womit ihr wirklich hier auch stark verschmutzte Teppichböden reinigen könnt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal hier gleich die Bewertungen an. Die sehen eigentlich auch sehr gut aus, aber da ist es sehr praktisch bezeichnet und wird auch hier als super und empfehlenswert angepriesen. Von dem her, wer wirklich einen sehr guten Waschsauger sucht für den professionellen Einsatz, der ist mit diesem wirklich sehr gut beraten. Wie vorhin auch schon erwähnt, den Link, um auf diese Seite zu kommen, den gibt es unten in der Videobeschreibung, also klickt dort mal drauf, dann könnt ihr euch das nachher nochmal in aller Ruhe anschauen. Nun geht es aber weiter zu Platz 4. Und auf diesem Platz landet bei uns der Thomas Bravo 20 Waschsauger. Starten wir auch gleich mit den Vorteilen. Wir haben hier einen wirklich sehr tollen Preis. Er ist sehr kraftvoll, hat 1400 Watt Leistung, eine 4 Bar Spezialdruckpumpe, ein 20 Liter Behälter, eine sehr ergonomische Bedienung, ein reichhaltiges Zubehör. Die Nachteile leider etwas altmodisches Design und ein etwas kleiner Wassertank. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter zu den Produktdetails. 1400 Watt Leistung und 10 Meter Aktionsradius, dann die Spezialdruckpumpe, wir haben einen Frischwassertank mit 3,6 Liter, ein Gewicht von 7 Kilogramm, 20 Liter Schmutzwasserbehälter, ein ergonomischer Tragegriff, eine Kabelhalterung und eine eingebaute Parkstellung. Schauen wir uns also mal diesen Waschsauger hier ganz genau auf Amazon an. Hier sieht man schon die Bilder, wie man hier diesen Waschsauger im Grunde bedient und einsetzt. Und auch hier gleich der Preis, 153 Euro ist wirklich im Vergleich zum Kärcher Putzi super günstig und bietet dennoch genauso viele Möglichkeiten und Funktionsumfänge. Hier nochmal die technischen Daten, wie vorhin auch schon erklärt und nochmal das ganze Zubehör, was dabei ist. Dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal die Bewertungen an. Der wird hier als sehr guten Waschsauger betitelt, erfüllt im Grunde all seine Erwartungen und auch die weiteren Bewertungen fallen sehr positiv aus. Viele sind wirklich sehr begeistert und auch wir können ihn eigentlich nur empfehlen, wer also hier einen günstigen Waschsauger sucht, der ist mit dem sehr gut beraten. Und wie gesagt, den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung, also klickt dort mal drauf, dann kommt ihr genau zu diesem Produkt. Weiter geht es mit Platz 3 und dort haben wir den Bizzle Spotlean Pet Pro. Wie auch schon der Name sagt, eignet sich dieser Waschsauger besonders gut für Tierhaare, hat eine sehr starke Saugkraft, eine einfache Reinigung, eine kompakte Bauform, ein einfaches Entleeren, ein ergonomisches Design und hat viel Zubehör. Und die Nachteile leider etwas laut und nicht so gut für große Flächen geeignet. Gehen wir weiter zu den Produktdetails. Und hier kann man schon sehen, wir haben hier 750 Watt Leistung, ein Aktionsradius von 8 Metern, ein Fassungsvermögen von 2,8 Liter, ein Gewicht von um die 6 Kilogramm. Er reinigt verschiedene Flächen, hat einen Fleckenaufsatz mit dabei, einen ergonomischen Tragegriff und ein Haustierreinigungsmittel. Und natürlich kann man hier auch eine sehr schnelle Entleerung durchführen. Jetzt schauen wir uns das Ding nochmal auf Amazon an. Hier können wir also nochmal die einzelnen Produktbilder sehen, wie man den am besten einsetzt und besonders hier natürlich für Haustiere entwickelt. Das sticht hier hervor. Es gibt ja auch verschiedene Versionen, in unserem Fall die Haustierversion für 214 Euro. Die kann ich euch also nur empfehlen, wenn ihr Haustiere habt, denn damit könnt ihr wirklich alles sauber reinigen. Hier sehen wir nochmal die technischen Daten und Details. Hier wird nochmal alles sauber erklärt und aufgelistet, was es hier so an besonderen Merkmalen gibt. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter runter und schauen uns mal die Bewertungen an. Und auch die fallen natürlich sehr gut aus. Hier wird ein super Ergebnis garantiert. Es zeigen auch viele Bilder, auch gute Leistungen, einfache Bedienung, sehr solide. All diese Themen stoßen natürlich hier hervor und machen den Waschsaug natürlich auch zu einer Art Geheimtipp. Besonders für die Tierbesitzer, wo halt auch sehr viele Tierhaare dann auf den Teppichböden und Polstern landen. So, jetzt geht es weiter zu Platz 2. Und dort haben wir auch ein spezielles Modell und zwar den Bissl Spot Clean Pro Heat. Dieser kompakte Waschsauger zeichnet sich durch seinen erstklassigen Preis aus. Er hat sehr kompakte Maße, aber dennoch eine starke Saugkraft, ein geringes Gewicht, eine einfache Reinigung, ein einfaches Entleeren und ein ergonomisches Design. Die Nachteile leider etwas wenig Leistung. Dann würde ich sagen, gehen wir auch jetzt gleich mal weiter zu den Produktdetails. Und auch hier können wir schon sehen, dass die Leistung eben nicht ganz so gut ist. Wir haben hier gerade mal 330 Watt. Dann haben wir ein Fassungsvermögen von 2,5 Liter. Ein Gewicht von um die 3,8 Kilogramm. Eine Lautstärke von 74 dB. Eine Heatwave-Technologie, einen Fleckenaufsatz, einen ergonomischen Tragegriff. Der einfache Lagerung ist natürlich durch das Geringe und die kompakte Maße gewährleistet und man kann ihn sehr einfach entleeren. Hier sehen wir ihn nochmal direkt auf Amazon und auch diesen verlinkt ihr euch unten in der Videobeschreibung. Also klickt dort mal drauf, dann kommt ihr auch zu dieser Seite hier. Ganz besonders ist natürlich hier der sehr günstige Preis, der sofort hier auffällt und die kompakten Abmaße. Er kostet knapp 100 Euro und ist sozusagen ein perfektes Einsteigermodell. Jetzt gehen wir etwas weiter runter und dann schauen wir uns auch hier nochmal ganz genau die Produktdetails an. Hier wird nochmal alles aufgelistet, wie man den bedient. Man sieht hier auch, er ist wirklich sehr kompakt und auch sehr handlich. Man kann ihn überall hin mitnehmen. Die Bewertungen sehen auch sehr gut aus. Er reinigt ganz gut. Er ist natürlich etwas laut, aber sonst sehen die Bewertungen dennoch alle sehr positiv aus. Wer also auf der Suche nach einem sehr günstigen Einsteigermodell ist, der ist mit diesem hier wirklich sehr gut beraten. Den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Doch kommen wir nun zu Platz 1 unserem Vergleichssieger und dort landet bei uns der Kärcher SE 5100 Waschsauger. Starten wir auch gleich mal mit den Vorteilen. Wir haben hier ein hochwertiges Markenprodukt mit dem durchdachten Design und einer starken Saugkraft. Wir haben hier die Kärcher Düsentechnologie, ein Zwei-Tank-System. Dann haben wir noch ein Flachfaltfilter mit dabei und vier Düsen sind auch mit im Zubehör enthalten. Die Nachteile, leider sind die Ersatzteile etwas teuer. Die Produktdetails. Also wir haben hier satte 1400 Watt Leistung, vier Liter Fassungsvermögen, ein Gewicht von 7 kg, eine Lautstärke von 77 dB. Der Sprühdruck beträgt 1 Bar und wir haben hier eine Arbeitsbreite von 230 mm. Wir haben hier eine gute Sprühmenge. Die Waschdüse zur Polsterreinigung ist auch mit dabei und man kann ihn auch schnell entleeren. Schauen wir uns den Waschsauger also mal hier auf Amazon an. Und auch diesen verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Also schaut da mal rein und klickt auf den Link drauf und dann könnt ihr euch den nachher nochmal anschauen. Hier gibt es verschiedene Modelle, wie ihr sehen könnt. Wir haben uns hier für die große Variante entschieden. Die gibt es so für 290 Euro. Ist auch aktuell ein Bestseller auf Amazon, also wirklich ein sehr beliebter Waschsauger, der seinesgleichen sucht. Hier können wir mal die technischen Daten sehen. Hier ist wirklich alles sauber und ausführlich beschrieben. Da muss man Kärcher wirklich loben, dass hier so viel an Informationen drin steht. Hier können wir nochmal durchgehen, was hier alles mit dabei ist. Wir können ihn auch super praktisch aufbewahren und auch der Schlauch ist sehr geschickt. Hier nochmal eine kleine Auflistung an den verschiedenen Modellen, wie ihr sehen könnt. Und der 5000er ist einfach hier die beste Variante. Die Bewertungen sind super, viele sind sehr zufrieden. Das ist im Grunde der Waschsauger, der hier meistens empfohlen wird, wenn es so um hartnäckige Verschmutzungen geht. Wir haben also einen Vergleichsieger gefunden und der Kärcher SE 5100. Schauen wir uns also mal die Vorteile an. Wir haben hier eine Markenqualität mit einer sehr hohen Leistung. Wir haben hier ein paar Sprühdruck, eine einfache Bedienung und vier Düsen sind natürlich auch mit dabei. So, das war es jetzt nun hierzu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Links zu den Produkten gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mehr über Staubsauger wissen wollt, dann schaut euch doch mal unsere Seite an www.staubsaugertest24.de Hier findet ihr wirklich eine sehr große Auswahl an Staubsaugern aus sämtlichen Kategorien. Staubsauger mit Beutel, Staubsauger ohne Beutel, natürlich Akkustaubsauger. Wir haben hier Roboterstaubsauger und auch Waschsauger. Zudem gibt es hier sehr viele Produktberichte im Direktvergleich. Da gibt es mal Testberichte. Und es gibt auch sehr viele interessante Ratgeber zu allen möglichen Themen. Das war es jetzt aber auch nun. Ich hoffe, ich konnte euch hier bei der Aussage von eurem zukünftigen Waschsauger behilflich sein.